so meine freunde mittlerweile bin ich zu hause wir haben einen neuen tag ich bin gestern zu hause angekommen und was ich sagen elf stunden geschlafen erst mal richtig ausgeschlafen wollte jetzt die videos zusammenschneiden alles komplett zusammen in ein video reinpacken und hochladen was ich noch aufgenommen hatte seit meiner abfahrt vom campingplatz hat aber so nicht geklappt das programm hat nicht mehr mitgemacht hat abgebrochen et cetera und deswegen werde ich die videos einzeln hochladen währenddessen spiele ich noch ein bisschen hier squad battles da muss ich noch einkaufen und alles und ja ich habe den urlaub abgebrochen habe ich euch erzählt und ja jetzt bringe ich die videos so einzeln nach oben und ja meine freunde schaut euch an lasst liebe da und nächste reise überlege ich mir italien werde ich auf jeden fall noch mal hinfahren aber erst nächstes jahr im sommer wenn es wärmer wird und wenn es die finanzen übrig lassen jetzt ruhig mich noch ein bisschen aus muss mich von der erholung erholen ja ich muss die wohnung noch klar schiff machen man sieht es im hintergrund ich habe jetzt auch meine couch nicht eingeklappt oder so auf die schnelle ich bin gestern nur heim gekommen nur durfte ich kurz mal was gegessen und so und dann hingelegt und dann elf stunden durchgepennt ohne einmal wach zu werden ja neue mütze konnte ich mir leider nicht kaufen bin ich dazu gekommen aber naja schaut euch die videos von uns an viele werden es nicht mehr sein viele sind es nicht mehr geworden leider aber naja schaut euch an meine freunde viel spaß und dann geht es